Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, hier beim dritten Festival Deutsche Whiskys gemeinsam mit Sebastian Marder von Marder Edelbrände, Junior Chef der Jürgen Sohn, des Schöpfers der Marke Marder Edelbrände. Genau, sehr, sehr gut. So, bist du zum ersten Mal auf einem Deutschen Whisky Festival oder warst du schon auf Stark Burg Schaffenstein? Wir waren vor zwei Jahren auf der Burg Schaffenstein, im letzten Jahr haben wir ausgesetzt und dieses Jahr sind wir überraschenderweise sehr, sehr kurze Stoffe hier angereist, weil es hieß, ihr solltet kommen, es wäre gut für euch, wenn ihr da seid. Ja, genau. Dann haben wir dann überlegt, ich muss auf der Arbeiter-Schweiz Urlaub nehmen, schauen, wie es passiert, ob es klappt und jetzt sind wir hier. Das ist gut, das ist sehr, sehr schön. Schön, dass ihr da seid. Wir gehen einfach mal ein bisschen Geschichte jetzt hier. Wie lange gibt es diese Familienunternehmen? Also wir haben wirklich lukrativ für den Absatz, haben wir 1953 angefangen, mein Ur-Uropa, der Automata hat damit angefangen. Danach hat es mit dem Opa als Hobby immer so nebenher brennen übernommen, bis dann 2010. Der Papa komplett gesagt hat, hey, ich übernehme alles und mache sofort Selbstständigkeit. Papa ist gelernter Zimmerer, genau wie ich, wir sind ganz eigentlich Holzwürmer. Okay. Und so haben wir es dann ein paar Tipps, er will es hauptberuflich machen, Schnapps, Brennen an sich. 2011 sind wir dann eingestiegen als Whiskybrenner, einfach so als Hobby, aus Spaß und Punkt, was kann man daraus machen. Und dann stehen wir hier und nach mittlerweile 14 Jahre. Ja, sehr gut. Wir sind mittlerweile erfolgreich. Dann fangen wir einfach mal mit euren 12 Jahren an. Das ist euer älteste Produkt bisher, glaube ich, oder? Das ist unser älteste Produkt. Okay, super. Der zwölfjährige Whisky, kann man ganz einfach sagen, ist unser Versuchskaninchen. Ah. Wir haben vor 2011 angefangen zu destinieren. Der wurde als knapp erster, zweiter Brand, Whiskybrand, haben wir den gebrannt. Haben ihn danach in amerikanische Eiche gelegt. Firstfill, ein Expertenfass und Exportbentfass. Haben ihn sehr lange aufgehalten, zwölfjährig, mittlerweile auch sehr heiß. Für den deutschen Whisky. Und ich dachte, dies Jahr, jetzt passt es. Jetzt ist er perfekt reif. Das wird jetzt der diesjährige, zwölfjährige als Sonderabfüllung. 42,7% ist ein bisschen ungewöhnlich. Ist das Fass stärker, oder? Theoretisch sind alle unsere Whisky-Fass-Geräte. Das Prinzip bei uns liegt, wir wässern ihn oder wir bringen ihn runter, bevor wir ihn einfüllen ins Fass. Genau, das heißt, im Fass tut er noch Wasser rein. Na, eigentlich, wir haben einen großen In-Shirt-Fall vor. Okay, gut, du hast da einen, genau, einen Teil. Und dann ist es da, zu wässern, dass wir ungefähr bis 50% kommen. Ja, okay, ja. Und im Endeffekt ist es halt ein riesiger Vorteil im Sinne der Qualität. Jetzt hast du einen fertigen Whisky, hast du mit 80% eingelegt, holst du aus dem Fass raus. Das macht natürlich erst Wasser hinzu, neutrales Wasser. Also, was passiert, die Farbe wird organisiert, der Geschmack geht flöten oder wird reinkommend. Genau. Und somit das Wasser ist schon im Fass drin. Wir sind das Aroma aus dem Fass mit, das liegt da drin und reift mit dem Whisky. Deswegen ist jeder Whisky, der wird sich fast stärker. Ja, genau. Super, sehr, sehr schön. Kostet momentan bei euch? Der 12-Falte ist bei 79 Euro. Was geht? Ein halber Liter. Okay, ja, trotzdem. So, wir gehen hier rüber, du hast den Classic Whisky, was haben wir hier? Classic Whisky ist quasi der kleine Bruder von dem 12 hier. Genau. Ebenso mit dem Experten Pass gereift, Neuamerikanische Eiche und dem Portman Pass. Das ist so unser Standardmodell. Wir versuchen jedes Jahr ähnlich, ist nahezu gleich raus zu bringen. Es ist unmöglich, aus verschiedenen Fässern die gleiche Hässe raus zu bringen. Das ist so unser Standardmodell. Okay. Und jetzt haben wir auch hier unsere Limited Edition. Wir haben hier Amorone-Fassaden. Genau, das ist die sehr gegründete, erste Whisky. Hat dieser den ersten Platz geholt. Beste Whisky, das ist in Deutschland, muss man sagen. Wow. Er ist knappe sechs Jahre lang in zwei Amorone-Fässer gereift. Wir haben vor drei Jahren eine Sonneabfüllung mit Amorone. Wir haben extrem gut an, sehr schön rausgekommen und haben gesagt, komm. Nochmal. Opfer wollen wir noch mit zwei von unseren Fässern und bringen Amorone raus. Und das ist ein extrem fruchtiger Whisky. Der Schlager entsteht im Moment. Sehr gut. Und dann einmal ein bisschen höher, alcohol-gehalt, 51,9. Sherry. Genau. Das ist quasi, wie jedes Jahr bringen wir unsere Sonderaffüllung raus. Ja. Das ist eine Vollreifung und ein Finish. Das ist eine Vollreifung. Im Endeffekt, wir machen keine Finish. Ja, genau. Jeder Whisky von uns ist von Anfang bis Ende ein Vollreifung. Die haben wir noch. Genau. Da war es ein Reinheit im Sherry-Fass mit 51,9%. Für uns ist es sehr hochgelegen, aber extrem mild, abgeholtet. Wenn uns nicht wüsst, dass er fast 25% hat. Weißt du, was für ein Fass das war? Also ist es Olle Rose oder Petro Emenes oder? Das ist einfach nur ein Sherry-Fass. Alles gut, alles gut. Kann man euch besuchen? Natürlich jedes, eigentlich immer. Wo seid ihr ungefähr? Wir liegen eigentlich im südlichen Süden von Deutschland. Wir sind in Südschwarzwald, direkt an der Schweizer Grenze. Zwischen Zürich, Basel, in der Mitte auf der deutschen Seite. 5 Minuten haben wir in der Schweiz. Also wir sind ganz, ganz unten. Super, sehr, sehr schön. Und wenn ich euer Produkt kaufen möchte, wo kann ich das online finden? www.mardern-wiedelbrenne.de Alles im Online-Shop erhältlich, innerhalb von 2 bis 3 Tagen geliefert. Ja, sehr, sehr gut. Whisky Jason hier, sagt vielen Dank gemeinsam mit. Wir waren schon bei Adam. Ciao. 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 Vielen Dank.